So, okay, und wie versprochen geht's jetzt weiter. Also, du könntest jemand einen Raketenwerfer kaufen. Wofür, das habe ich nicht, nur Munition oder sonst was. Das funktioniert nicht. Ich glaube, mit dem Panzerknacker darf es auch ganz gut funktionieren. Das Auge auffüllen. Das Auge auffüllen. Ja, gespeichert habe ich noch nicht. Und dann geht's gleich weiter. So, jetzt darf ich jetzt ein ziemlich übel werden. Schaut euch das doch einfach mal selber an. Wenn du das ohne No Damage, also mit No Damage Bonus schaust, bist du gut. Na, ne, bin hier. Jetzt kann ich was werden, wenn du erschierst. Na, geil. Okay. Okay. Ohm. Okay. Also, werdet ihr das Maschinengewehr nehmen. Und das zweite ist das andere. Aber was soll denn das? Nein. Boah, Glück gehabt. Nein. So sinnlos. Boah, stirbt doch. Was soll denn das? Nein. Lassst du mir in Ruhe. Lassst du mir leben. Das sind ja voll die Storken, die kriegst du ja gar nicht kaputt. Was soll denn das? Na, endlich. Na, endlich. Na, jetzt ist er dran. Ähm, ich glaube, mit der Arm wird's, glaube ich, nicht so schwer. Jetzt stehen gern da aber schon wieder. Was soll denn das? Okay. Okay. Es gibt's ja nicht, wie sie halten denn die so viel aus. Okay. 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 lik Okay, die sterben anscheinend nicht. Das sind welche von der Sorten. Aber was soll denn der Scheiß? Boah, gut so. Nein! Schnell, 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 schnell! Was? Danke, danke, danke. Ähm... Oh! Boah, gut gezielt. Oh, jetzt muss man jetzt ja dasselbe Nummer mit der Euden da machen. Oh ja. Okay, mit ihr kann sie was werden. Oh na ja. Oh na ja. Geh auf wie einfach. Boah, gut so. Boah, gut so. Ich glaube, dass wir jetzt eigentlich so ziemlich alle fast zusammen haben. Triceratops. 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 Triceratops ist ein anderer Triceratops der noch aggressiver ist als er selbst. Das einzige Mittel zur Verteidigung ist der Einsatz schwerer Feuerwaffen. Ziele auf die Nase und entferne dich so weit wie möglich, da sie in Herden leben und soziale Geschöpfe sind. Sie werden sie dich nicht nicht verfolgen, sobald du das Gebiet verlässt, sonst läuft so schnell du kannst. Whoa. Seine Lufthröhre wurde herausgesissen. Er wurde nicht als Beutes, sondern als Feind getötet. Oh ja, klar. Aber es liegt ein fauler Gericht über dem Gebiet. Hier muss furchtbar was passiert sein. So, ich würde mal sagen, jetzt mache ich nur schnell einen Shop. Waffen, nein. Heilung brauche ich keine. Munition nachladen. Dann, ja, Werkzeug brauche ich ja. Gibt es auch nichts. Dann speichere ich, mache einen Schnitt und im nächsten Part wird es einen Boss geben. Also dann, bis gleich.